Was natürlich auch eine Besonderheit ist und was auch alle Dusan-Geräte betrifft, wir erfüllen diese Stufe 4, also die Richtlinien der sogenannten Stufe 4 oder Tier 4 Final ohne den Einsatz von Rußpartikelfiltern. Welchen Vorteil habe ich als Verbraucher oder als Kunde davon? Nun ja, ein Rußpartikelfilter bringt Probleme mit sich. Das heißt, sie müssen den Regenerieren, sie haben einen niedrigeren Marktwert für das Gerät, weil es sich einfach auch in andere Länder nicht verkaufen lässt. Sie haben eine sehr, sehr hohe Abgas-Temperatur, mehr Ausfallzeiten und wir sind froh, dass wir noch keinen drin haben. Insofern sowohl für unsere Perkins-Motoren, als auch für unsere Scania-Motoren und auch für unsere Dusan-Motoren, die wir selbst bauen, keinen Einsatz von Rußpartikelfiltern. Das macht Dusan dort auch ein bisschen einmalig. …